Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge düstere Plauschsichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke. Schönen guten Tag. Ja bonjour, guten Morgen, guten Tag. Oh bonjour, bonjour. Bevor wir es unter den Tisch fallen lassen, wie immer zunächst der Dank an die Patreons, vielen Dank für die Unterstützung und an alle die eventuell Patreons werden wollen, bis sie mit uns auf dem Discord rumhängen, schaut mal in die Videobeschreibung, da findet ihr den entsprechenden Link. Und, ich glaube, das habe ich jetzt nämlich in ein paar Folgen schon wieder vergessen, wenn ihr selber irgendwelche merkwürdigen Erfahrungen gemacht habt, schreibt mir doch mal. Schreibt mir doch mal eine E-Mail oder schreibt mir bei Twitter oder, nee, das waren schon die Möglichkeiten. Schreibt mir eine E-Mail oder schreibt mir bei Twitter. Okay, wir haben natürlich auch heute einen Ablauf geplant, beziehungsweise ein Thema dabei, ihr habt es schon gelesen. Was auch immer ich da hingeschrieben habe, bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Aber gehen soll es heute auf jeden Fall um die sogenannten Star People der American Indians oder Amerindians. Denn wir beschäftigen uns heute mit einem Buch der amerikanischen Autorin Ardy Sixkiller-Clark. Und die gute Dame kommt aus Montana, hat selbst einen Amerindian-Hintergrund. Und tatsächlich ist es auch sie, von der ich dieses Wort quasi gelernt habe. Ich habe noch ein anderes Buch von ihr da drin. Schreibt sie, glaube ich, im Vorwort ein bisschen, warum dieser Ausdruck eigentlich für sie so der präferierte Ausdruck ist für Ureinwohner Nordamerikas. Und dem komme ich dann natürlich gerne nach. Und diese gute Frau Sixkiller-Clark ist eigentlich eine ziemlich interessante Person. Die kommt aus Montana. Ich weiß nicht, ob wir das gerade schon erwähnt hatten. Und hat auch an der Montana State University gearbeitet. Ist inzwischen immer retiert, aber hat da wohl einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet. Und sie hat quasi die Studienbedingungen für Amerindians zu verbessern, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie ist ein Education-Experte. Ja, Drittmitteleinwerbung oder nicht. Oder sozusagen, das ist denn der Fachbegriff. Sie hat ordentlich Geld gesichert für die Scholarships und einfach für die Unterstützung. Also ich denke mal, ohne dass ich mich damit jetzt näher befasst habe, wird das Grundproblem da vermute ich mal sein, dass es vielleicht für Menschen mit entsprechendem Hintergrund eben aufgrund sozusagen bestimmter sozialer wirtschaftlicher Mechanismen tendenziell schwieriger ist, eine gute Ausbildung zu bekommen. Das ist ja nun nichts Unbekanntes. Das ist ja leider überall so, mehr oder weniger. Und daran hat sie eben geholfen, das zu verbessern. Also ist, denke ich mal, eine, wie sagt man? Ich glaube, das ist eine Person, die wirklich ein großes Herzblut sozusagen da reingesteckt hat, was für die Allgemeinheit zu tun. In diesem Fall für den Teil der Allgemeinheit sozusagen, mit dem sie sich wahrscheinlich selber stark identifiziert hat und wo sie eben auch die entsprechenden Probleme gesehen hat. Und ich betone das so besonders, weil ich es natürlich anerkennungswürdig finde und es aber auch in ihren Büchern, also ich habe zwei gelesen, für mich immer wieder so ein bisschen durchscheint, viele der Leute, mit denen sie dort spricht, nicht, denn der Sinn ihrer Bücher, kann man vielleicht auch schon mal vorweg schicken, ist, die Geschichten von Menschen einfach weiterzuerzählen, die zu ihr gekommen sind und ihr bestimmte Erlebnisse eben geschildert haben. Und man merkt, es gibt immer zu jeder dieser Geschichten im Buch auch ein kleines, ich sage mal ein bisschen Kontext. Also sie schreibt, wer ist das, woher kennt sie die Person, also wie ist dieses Gespräch dann zustande gekommen? Und da hat man dann doch, so jetzt über die zwei Bücher, die ich verteilt gelesen habe, immer mal wieder an einigen Stellen den Eindruck, dass sie auch in ihrer Community sozusagen mit viel, ja, ihr mit viel Respekt begegnet wird für ihre Arbeit, über die wir eben gesprochen haben. Und da dachte ich mir doch, okay, ist es sowieso schon lohnenswert, es schimmert auch durch, dass andere Leute das offensichtlich auch sehr respektieren, die vor Ort sind und das sozusagen beurteilen können. Und insofern wollte ich das auch noch mal extra erwähnt haben. Ja, also die Einbettung der Geschichten in den Kontext, wie sie die Person kennengelernt hat, dass sie auch eine Beziehung zu denen hat, ist da zumindest in den beiden, die ich jetzt ja gelesen habe, auch schon vorhanden. Und zeugt immer von so einem sehr familiären Verhältnis. Und das wiederum ist ja dann auch die Voraussetzung, dass man sich für die Community auch an der Hochschule da einsetzen kann, dass man immer den Überblick behält. Und wenn die Amerikaner keinen BAföG haben als Beispiel, dann ist das schon mal schwierig, da den Zustand sozusagen des Studierens unter guten Bedingungen überhaupt zu ermöglichen. Richtig. Insofern noch mal, liebe Frau Sixkiller-Clark, Hut ab für die offensichtlich umfangreiche Arbeit und auch jahrelange Arbeit. Sie hat, wie ich erwähnt habe, schon mehrere Bücher geschrieben. Eigentlich, soweit ich es überblicke, alle mit dem gleichen Konzept. Jetzt wollte ich aber noch mal hinzufügen, das erste davon, Encounters with Star People genannt. Das habe ich leider nicht gelesen. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass das aktuell irgendwie nur antiquarisch zu horrenden Preisen zu bekommen ist. Und ich glaube, es waren irgendwie 150 Euro oder so. Da habe ich dann doch gedacht, na, nee. Gerade mal erst mal nicht. Habe mir dann das zweite geholt. More Encounters with Star People, konsequenterweise genannt. Und da war ich sofort begeistert. Und dann im Laufe oder später habe ich mir dann auch noch Space Age Indians geholt. Ich glaube, das dritte oder vierte Buch. Aber wie gesagt, im Grunde, aus meiner Sicht ist es egal, diese Reihenfolge. Denn das Konzept ist immer das Gleiche. Es werden eben diese Geschichten präsentiert, die ihr erzählt werden. Und sie ist dafür dann natürlich auch ab einem bestimmten Zeitpunkt bekannt gewesen. Das heißt, wir haben hier die unterschiedlichsten Szenarien, wie sie zu diesen Storys sozusagen gekommen ist. Einiges durch Bekannte. Da haben wir auch heute beide Beispiele, sind aus dem Bereich. Zum Teil aber dann auch Leute, die an sie herantreten, weil ihr Ruf als die UFO-Lady sozusagen ihr schon vorauseilt in den entsprechenden Kreisen. Also den Ausschnitt, den ich dir jetzt sozusagen habe zukommen lassen, das verzehrt da das Bild so ein bisschen. Es sind nicht nur alles Freunde und Bekannte, von denen sie diese Geschichten hat. Aber ehrlich gesagt, ich habe schon gedacht beim Lesen. Ich weiß nicht, wie die Frau das macht. Sie schreibt auch im Nachgang nämlich zu den Geschichten noch, ob sie mit den Leuten in Kontakt geblieben ist oder ob es da irgendwelche Neuigkeiten gab. Und bei sehr, sehr vielen Leuten schreibt sie, dass sie in irgendeiner Weise im regelmäßigen Kontakt ist. Man telefoniert und so weiter und so fort. Und ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, oh mein Gott, also ich bin ja mehr so der zurückgezogene Mensch. Für mich ist es vollkommen unvorstellbar, wie sie mit so vielen Menschen Kontakt halten kann. Aber das macht sie. Also mit anderen Worten, diese Geschichten werden kontextualisiert, nicht nur im Sinne von, wie bin ich da dran gekommen, was habe ich davon gehört oder wie habe ich davon gehört, sondern dann auch noch mit nach, kleiner Nachgeschichte sozusagen. Manchmal auch nicht. Also manchmal ist die Nachgeschichte nur, ich habe die Person nicht wieder gesehen. Aber meistens dann doch irgendwie noch so ein paar Hintergrundinfos. Also das finde ich ehrlich gesagt ganz gut gemacht, weil dadurch bekommt man zumindest gefühlt ein volleres Bild von der Situation. Ich fand das gut, ist mir irgendwie früher bei Fallsammlungen, nenne ich es jetzt einfach mal, noch nie so aufgefallen. Es gibt auch andere, wo das der Fall ist, dass das ein bisschen so gemacht wird. Aber aus irgendeinem Grund ist es mir jetzt hier bei ihr so besonders aufgefallen. Vielleicht, weil tatsächlich viele der Kontakte dann doch auch sogar persönlicher Natur waren. Auf jeden Fall vom Konzept her finde ich es super. Ich weiß nicht, was würdest du dazu sagen? Du hast jetzt ja quasi zwei Geschichten beispielsweise bekommen. Aber anhand dessen, wie findest du diese Art der Aufmachung, sage ich mal? Ja, das ist in erster Linie auch schon mal authentischer. Und rein von der Lesefreude wird man da abgeholt, weil man eingeführt wird in die Lebenswelt. Und dann gibt es am Ende sozusagen einen runden Abschluss. Und das wirkt wie dann, ja, ein Besuch, den man dann erlebt. Man wird mit an die Hand genommen. Und das hat so ein bisschen so eine, ja, diesen Charakter, dass man da mehr auch dieses Familiäre spürt. Oder dass man dann denkt, man hat jetzt kurz einen Einblick in deren Lebenswelt bekommen. Und das andere wäre dann vielleicht zu distanziert, wenn man sozusagen das sehr, ja, wie ein Fall, den man dann abschließt, beschreiben würde. Also das ist so ein bisschen auch literarisch vielleicht auf besserem Niveau. Und ich finde, es ist auch, also ich glaube jetzt nicht, dass das die Absicht war, aber ich habe bei mir gemerkt, es ist auch geschickt, weil dadurch, dass jede Geschichte auch noch sozusagen in einer Geschichte präsentiert wird, beziehungsweise jede Geschichte mit der Ebene der eigentlichen Geschichte herkommt und dann aber auch noch mit der Geschichte, wie sie eben da rangekommen ist. Und da passiert genau das, was du eben gesagt hast. Man bekommt halt kleine Einblicke in die Verhältnisse und so weiter und so fort derjenigen, um die es geht. Und jetzt mal ganz unabhängig von dem eigentlichen Thema dann, was ich natürlich per se interessant finde, finde ich auch das schon wieder sehr interessant. Also einfach so in die Leben von zufälligen Leuten sozusagen, so ein bisschen was daraus mitzubekommen. Habe ich, glaube ich, schon auch mal im Zusammenhang mit Sasquatch Chronicles Podcast erzählt. Irgendwie mir gibt das sozusagen noch eine zusätzliche Ebene, warum es das für mich interessant macht. Jetzt mal tatsächlich vollkommen abgesehen, auch von allem Paranormalen oder nicht. Das merke ich, das hält mich auch am Ball. Da lese ich gerne weiter. Und es ist eine Mischung irgendwie, die für jemanden wie mich offensichtlich nahezu perfekt funktioniert. Also ich habe die Bücher wirklich mit sehr, sehr großer Freude gelesen und komplett ohne jegliches Ermüdungsgefühl, sage ich mal. Ja, das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so beurteilen wegen der Kürze, aber ... Na trotzdem, das kann man schon davon ausgehend, von diesen kurzen Einblicken kann man das annehmen, dass das dann insgesamt für den ganzen Korpus gilt, dass sie einen eben mit an die Hand nimmt. Und das würde ich jetzt auch, wenn wir auf dieser Ebene sind, dann würde ich das auf alle anderen Sachen übertragen, die man konsumiert, wo es um Kultur und so weiter geht. Wenn ich jetzt mir was zu einer bestimmten Musikrichtung angucke, zu einer, weiß ich nicht, den Blues in Louisiana oder so, und ich werde in der Dokumentation dann so in diese Welt eingeführt, dann ist es immer besser, wenn das so ein voll umfassendes Paket ist und nicht nur so rausgegriffen wird, wenn du verstehst, was ich meine. Also da wird dann auch noch irgendwie meint, wegen der Küche, was sie da essen, was sie sonst, wie das da aussieht, wie alles so mitgenommen. Kulturelle Phänomene sind halt irgendwie eigentlich nicht so richtig isolierbar im Grunde. Also zu Untersuchungszwecken kann man sie natürlich gezwungenermaßen sozusagen isolieren, aber das ist schon ein Modell sozusagen, das geht eigentlich an der Realität vorbei. Die kulturellen Phänomene finden eigentlich immer in der gesamten Matrix statt und sind damit untrennbar verbunden. Man kann natürlich nicht immer allen Strängen nachgehen, das ist klar, weil dann würde man niemals mehr zu einem Ende kommen. Aber ja, vielleicht liegt es daran, dass das hier so ein bisschen mit eingeflochten wird. Naja, ich weiß nicht, also ich wollte es auf jeden Fall nochmal besonders lobend hervorheben. Mir hat das echt großen Spaß gemacht, die Bücher zu lesen. Und insofern verstehe ich das jetzt hier auch als kleine Werbung, wenn man sich für Thematiken dieser Art interessiert, denke ich, hat man da ein Lesevergnügen. Man muss natürlich dazu sagen, auf Englisch, soweit ich weiß, keine deutschen Übersetzungen vorhanden. Aber okay, worum geht es genau? Wir haben schon gesagt, sie hat mit anderen Amerindians gesprochen und hat nicht irgendwelche Geschichten gesammelt, sondern hat eben Geschichten gesammelt von Begegnungen mit den Star People, den Sternenleuten, übersetze ich jetzt mal frei, dem Sternenvolk, könnte man vielleicht sogar sagen. Sie gibt auch in den Büchern zum Teil da ein bisschen Hintergründe und so weiter und so fort. Da möchte ich aber gar nicht so sehr darauf eingehen, weil mein Eindruck ist, ehrlich gesagt, hinter diesem Begriff verstecken sich dann im Einzelfall ganz, ganz unterschiedliche Vorstellungen zum Teil. Mal in der einen Tradition sind sie groß, in der anderen Tradition sind sie klein. Mal sind sie den Menschen eher positiv gesinnt. Mal muss man wirklich vorsichtig, Vorsicht walten lassen, sozusagen sich von ihnen fernhalten. Also für mich steckt deswegen hinter diesem Star People erst mal primär jetzt einfach das Konzept, die anderen, eine andere Intelligenz, nicht menschliche Intelligenz. Also über die Star People selber wollte ich an der Stelle deswegen gar nicht so viel reden oder über diesen Namen und dieses Konzept. Wenn da Bedarf besteht, könnte man das vielleicht an anderer Stelle nochmal machen. Ich habe mir gedacht, nein, diese Bücher leben nicht davon, sondern diese Bücher leben tatsächlich von den Geschichten oder von den Berichten. Und darauf sollten wir uns auch fokussieren. Das war so mein Gedanke. Deswegen habe ich aus einem Buch, nämlich den Space Age Indians, das ist jetzt einfach Zufall mehr oder weniger, hätte auch das andere nehmen können, aber irgendwo muss man ja anfangen, habe ich einfach mal zwei Geschichten herausgesucht, von übrigens um die 50, glaube ich. Also ist jetzt wirklich nur eine minimale Auswahl. Zwei Geschichten herausgesucht und Lazy Luke zur Verfügung gestellt, dass er sich da auch einlesen kann. Und zu den Kriterien, wonach habe ich das ausgesucht? Ich habe zwei Fälle genommen, die Aussagen sozusagen oder Berichte von mehreren Beteiligten beinhalten, weil ich dachte, das ist vielleicht dann erstmal umso interessanter. Wenn nur eine Person berichtet, kann man immer davon ausgehen oder sich darauf zurückziehen, einfach zu sagen, na gut, da hat jemand vielleicht eine Halluzination gehabt sozusagen. Das ist bei mehreren dann natürlich ein bisschen schwieriger. Deswegen dachte ich, seien die vielleicht besonders interessant. Und dann habe ich auch tatsächlich zwei genommen, wo die Personen, die Betroffenen der Autoren sehr gut bekannt waren. Einfach nur, um dieses zum Teil hohe Vertrauensverhältnis auch zu zeigen. Man hätte jetzt auch welche nehmen können, wo sie die Leute weniger gut kennt. Man könnte vielleicht noch denken, das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen die Autorin selbst auf Deutsch verarscht wird, wenn es sich um Leute handelt, die sie seit Jahren kennt und vertraut. Ich würde sagen, das ist richtig, aber ausschließend kann man es natürlich dann trotzdem nie. Auch Leute, die einander vertraut sind, verarschen sich gegenseitig zuweilen leider. Aber ich dachte mir, das sei vielleicht auch noch interessant. Also welche nehmen, wo sie die Leute ganz gut kennt. Und dann habe ich tatsächlich einfach so ein bisschen meinen Blick da schweifen lassen. Und den ersten Fall, über den wir gleich reden werden, habe ich dann noch rausgesucht, weil er ganz indirekte noch historische Komponente hatte. Ich dachte, Lazy Luke vielleicht interessant findet. Und den zweiten Fall habe ich dann herausgesucht, weil zumindest laut, also da war dann sozusagen der Tropfen auf den heißen Stein, warum die Wahl auf ihn gefallen ist, weil eine angebliche Heilung mit involviert war. Also noch eine physische Komponente extra sozusagen. Ja, also wie gesagt, hinter der Auswahl steckt jetzt nicht so extrem viel. Und bei Bedarf kann man natürlich auch jederzeit noch über andere Fälle reden. War jetzt einfach, ja, einfach eine Auswahl. Ja, mit dem Historischen hast du mich natürlich in der Tat schon gecatcht, was in Story 1 vorhanden ist. Ja, was übrigens auch die erste Story im Buch ist. Wie bitte? Was übrigens auch die erste Story in dem Buch ist, tatsächlich. Ah, die allererste sogar. Ja. Also nicht im ersten Buch die erste, aber das erste Buch habe ich ja nicht, aber in dem speziellen Buch war das die erste. Das ist ja auch ihr Ansinnen. Ja. Okay, wir sind schon wieder eine halbe Stunde fast unterwegs und immer noch nicht zum Punkt gekommen. Unser altes Problem. Ich würde sagen, wir legen jetzt los, Leute. Sorry. Jetzt geht es los. Wir legen los mit Aira's Story. Aira ist ... Dakota Sioux, wie man es ausspricht, habe ich auch erst gelernt. Ich dachte, ich habe sie früher natürlich mal Sioux genannt oder so. Die Sioux-Indianer. Aber Dakota Sioux ist der Stamm sozusagen. Richtig. Aber viel wichtiger, der gute Mann ist ein Vietnam-Veteran und damit wird auch die Geschichte zu tun haben und damit hat aber auch das ganze Setting zu tun. Denn hier ist es jetzt so, die Autorin war auf Hawaii, aus beruflichen Gründen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und hat dort einen alten Freund im Veteranen-Hospital besucht, der gesundheitliche Probleme hatte. Und, naja, da halt im Krankenhaus lag. Und als sie da zu Besuch war, kamen auch sechs seiner E-Mail-Kameraden und es hat sich eben ein Gespräch entsponnen, im Zuge dessen dann die Geschichte, über die wir jetzt gleich reden werden, hinauskam. Und man muss dazu sagen, unser Aira ist dann auch kurz danach, beziehungsweise ich glaube in der gleichen Nacht tatsächlich, wenn ich es ... Ja, in der gleichen Nacht gestorben. Also sozusagen auf dem letzten Drück hat die Geschichte noch weitergegeben. Eigentlich auch schon wieder verrückt. Aber was man vielleicht noch kurz sagen sollte, ich hätte fast einen kapitalen Fehler gemacht, als ich das Intro da das erste Mal gelesen habe. Habe ich nämlich fälschlicherweise gelesen, dass es sich bei Aira um Aira Hayes gehandelt hätte. Einem der Soldaten, der auf dem berühmten Foto von Iwo Jima, von der Flaggenaufstellung drauf ist. Und ich habe dann auch so beim Weiterlesen so halb irgendwo im Unterwurzeln gedacht, der war im Zweiten Weltkrieg und dann auch in Vietnam. Na gut, okay, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Das wäre aber natürlich ein Fehler gewesen, denn das handelte sich nicht um diesen Aira. Er ist aber nach diesem Aira benannt worden. Und so steht es auch im Vorwort. Das hatte ich nur falsch gelesen. Also ich hatte euch hier fast kompletten Quatsch präsentiert aus Versehen. Genau, diese Altersspanne, da habe ich auch drüber gestolpert. So, okay, da habe ich nochmal genau geguckt. Iwo Jima war Februar, März 1945. Er ist 72 bei, also als die Geschichte erzählt wird sozusagen. Und war Vietnam-Veteran. Hm, das passt nicht so ganz. Aber das Bild habe ich mir zumindest angeguckt, wie auf Iwo Jima die Flagge da gehisst wird sozusagen, das ikonische Bild. Richtig. Ich will noch zwei, zwei mehr oder weniger halb ernste Assoziationen hier mit reinbringen. Einmal Grüße an unseren Discord-Server. Durch das Stichwort Hawaii bin ich natürlich sofort wieder auf die Hawaii-Pizza gekommen und muss auch an dieser Stelle wieder die YouTube-Kommentare sozusagen auffordern hier, die Kommentierenden. Ist das ein No-Go? Weil da gab es dann eine Regio-Diskussion, ob Ananas auf einer Pizza möglich ist. Also ihr seht, ist auch immer ein bisschen off-topic beim Discord, wenn es dann, ja, manchmal da sich dahin entwickelt. Aber ansonsten werden da seriöse Gespräche geführt natürlich. Das nur so nebenbei, da habe ich sofort dran gedacht. Und diese Truppe um Ira hat mich erinnert an, Achtung, Serienempfehlung, mein Guilty Pleasure Magnum PI. Denn dort befindet sich auf Hawaii dann ja auch eine Truppe von ehemaligen Vietnam-Veteranen. Und die sind auch sozusagen eine eingeschworene Community, genauso wie sie hier, dann eben alle zum Geburtstag gratulieren und geschlossen da antanzen im Krankenhaus. So beginnt die Geschichte. Das nur so, was in meinem Kopf immer vorgeht, wenn ich das lese. Richtig, richtig. Also meinerseits pro Hawaii-Pizza, aber kämen wir lieber nach Vietnam. Diese sieben Männer waren nämlich eine Aufklärungseinheit und eben in Vietnam im Einsatz. Und sie haben sich als Gruppe den Spitznamen Space Age Indians gegeben. Deswegen sicherlich auch die erste Geschichte in diesem Buch mit dem gleichen Titel. Und diesen Namen haben sie sich eben aufgrund eines ganz bestimmten Vorfalls gegeben. Und den erzählen wir jetzt endlich. Frage, soll ich den einmal kurz durchgehen? Oder wie wollen wir das machen? Ja, kannst du machen. Ich ergänze. Aber die Prämisse ist eben, dass auch wieder vermeintliche Klischee, wie du schon gesagt hast. Aber das ist ja dann offensichtlich ein Fakt, dass das auch weitergegeben wird, diese Tradition des Pferdenlesens. Und das ist die Voraussetzung. Und Ira soll den Vietcong ausspähen. Das ist erst mal die Prämisse. Und dann kannst du einsteigen. Richtig. Also die Geschichte spielt nachts diese besagte Einheit. Wie gesagt, alles Freunde sozusagen. Sind im Felde und bivakierender. Und Ira wird als Scout unter den Scouts offensichtlich losgeschickt, um eine kleine Gruppe Vietcongs, die in einem Hügel lagern, sozusagen so ein bisschen auszuspähen. Da geht die Seltsamkeit schon los im Grunde. Er sieht nämlich währenddessen ein unbekanntes blaues Licht am Himmel, ungefähr dreimal so groß wie der Vollmond, auch sich langsam am Himmel bewegend, sozusagen bis es auf der gegenüberliegenden Berghangseite dieses Vietcong-Lagers hing. Die ganze Gruppe berichtet von dieser Nacht außerdem oder von diesem Abschnitt der Nacht außerdem, dass es ungewöhnlich war, dass keine Dschungelgeräusche da waren. Ich betone das natürlich, weil wir das schon öfter gehört haben. Osfaktor ist das Stichwort. Und Ira berichtet und die Gruppe nähert sich dann vorsichtig weiter den Vietcong und es fangen an, Schüsse zu fallen. Allerdings nicht Schüsse in ihre Richtung, sondern die Vietnamesen dort schießen auf drei blaue Lichter-Orbs, könnte man wahrscheinlich auch sagen, die sich da im Tal herum bewegen. Also das ist jetzt alles, was die Amerikaner auch gesehen haben, sozusagen. Die Amerikaner sehen drei blaue Lichter, das heißt natürlich nicht, dass da nicht vielleicht mehr waren. Und das Ganze nimmt dann insofern ein Ende, als dass nach einiger Zeit ein blauer Lichtstrahlrichtung des Vietcong-Lagers geht, es einen Aufblitzen und Donnern gibt und dann ist Ruhe. Die Gruppe beobachtet das Ganze weiter und nach zehn Minuten kommen dann die blauen Lichter in ihre Richtung. Und Ira fängt an zu erkennen, dass dieses blaue Leuchten sozusagen menschenähnliche Gestalt hat. Noch sehen sie aber nicht mehr oder sieht er nicht mehr und sie überlegen sich dann, dass es Zeit für einen Rückzug ist und ziehen sich zurück. Stopp. Während dieses... An dieser Stelle, muss ich kurz unterbrechen, erst mal eine kleine Korrektur. Das Licht, was ausgeht, ist dann nicht blau. Das ist sozusagen ein Lichtstrahl, der geschossen wird auf den Vietcong von diesen drei blauen. Das ist einfach, das wird gar nicht farblich erwähnt. Das ist also eine kleine Korrektur und eine Nachfrage zu dem Geräusch. Du hast gesagt, das ist sozusagen ein immer wieder auftauchendes Motiv, dass es keine Geräusche gibt. Das bedeutet, die Tiere, die sonstigen Geräusche, die einfach dann in der Nacht herrschen, sind nicht vorhanden. Kannst du das nochmal genau mit dem Begriff definieren? Ja, also... Du hattest ein spezielles Wort da, wenn das was ist. Das nennt man auch gerne Osfaktor. Also das ist eigentlich ein gängiger Begriff. Der wurde von Jenny Randalls, glaube ich, erfunden und beschreibt im Grunde dieses, ja, sagen wir mal Phänomen oder das, was immer wieder berichtet wird oder Teil von außergewöhnlichen Berichten ist. So muss man vielleicht sagen. Sei es UFO-Bereich oder auch anderer paranormaler Bereich. Also das Erlebnis, dass plötzlich wie eine Glocke alles um einen herum still wird. Zum Teil auch mit dem Gefühl, dass sozusagen die Zeit womöglich stehen bleibt. Also als würde man sich in eine ganz eigene Sphäre quasi bewegt haben. Und das ist ziemlich typisch. Und ich schätze mal, also das Ausbleiben von Geräuschen ist wahrscheinlich so das Auffälligste, was da passiert. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Aspekt oder der Grund, warum dieser Aspekt am häufigsten berichtet wird. Sie haben es ja hier auch ganz explizit gesagt, dass es gerade im Dschungel nachts sonst eigentlich eben im Gegenteil sogar besonders viele Geräusche zu hören gibt. Also das muss dann wohl, ja, einfach sehr auffällig gewesen sein. Wenn sie sich dann zurückziehen, ist es so, dass der eigentliche Kontakt sozusagen stattfindet. Zunächst sieht Aira eine Gestalt. Sie stehen sich sozusagen nachher als Gruppe gegenüber gewissermaßen. Aira sieht eine 9 Fuß große muskulöse Gestalt, blau schimmernd. 9 Fuß sind 2,70 m Pi mal Daumen. Also im Grunde ist das schon unglaublich groß. Er lässt seine Waffe fallen, hat aber das Gefühl, dass es sich nicht um eine Bedrohung handelt. Und seine Kameraden lassen die Waffen auch sinken. Sie alle sehen sozusagen den Fremden. Sein Gesicht ist schwer zu erkennen aufgrund des blauen Scheins. Und es wird von einem morphenden Gesicht gesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also ich habe das so interpretiert, dass sozusagen unter den Lichtbedingungen dort vor Ort eben das Gesicht nicht wirklich zu erkennen war. Und dann kommen noch zwei weitere ähnlich aussehende Gestalten sozusagen dazu. Man schaut sich offensichtlich gegenseitig kurz an und dann verschwinden diese seltsamen Leute im Dschungel. Kurz danach sehen sie das eingangs erwähnte blaue Licht aufsteigen und im Himmel verschwinden. Dann inspizieren sie das eben scheinbar überfallene Camp, sozusagen Vietcong Camp. Stellen seltsam Geruch nach heißem Metall und verrottendem Dschungel. Jungle Rod. Was auch immer man sich darunter genauer vorzustellen. Obwohl, also ich meine, jeder, der schon mal am Waldboden gerochen hat, hat, glaube ich, eine grobe Vorstellung, in welche Richtung das gehen könnte. Also einfach dieser Geruch von vergehendem Pflanzenmaterial. Es hing eine Wolke über diesem Gebiet, die Augen und Atemwege gereizt hat. Und vor allem, sie haben keine Waffen, keine Leichen gefunden, aber Waffen, die zum Teil geschmolzen waren und verfärbte Kreise am Boden. Also das suggeriert, dass eventuell diese Kreise am Boden da sind, wovor ja die Vietkongs jeweils waren. Ja, also sie sozusagen irgendwie dematerialisiert worden sind, sozusagen. Ja, evaporated ist. Das Wort, was ihr benutzt, und dann mit dem schönen Idiom Dust to Dust einfach nur. Aber das haben sie halt nicht gesehen. Das ist sozusagen ihre Interpretation. Ja, genau. Der Fundsituation. Und aufgrund dieser Erkenntnis, also die Gruppe interpretiert das sofort im Sinne von Weltraumreisenden, Raumreisenden, also extraterrestrische Hypothese, bringen sie auch in Verbindung mit sozusagen Geschichten ihrer Tradition und haben niemandem davon erzählt, sozusagen im Militär, um nicht entsprechend als komplett bescheuert behandelt zu werden oder womöglich halt irgendwie Konsequenzen zu haben. Ja, das ist im Grunde der Kern der Sache jetzt. Man muss dazu sagen, aus dieser Gruppe von Leuten, die hier erwähnt wurden, folgen im Buch auch noch, ich glaube, zwei oder drei jeweils noch eigene Erlebnisse. Ebenfalls mit blauen großen Gestalten, die nicht Teil dieses Erlebnisses hier sozusagen waren. Die habe ich jetzt nicht ausgewählt, weil ich dachte, das sei irgendwie langweilig, da sozusagen, wenn wir nur zwei Sachen besprechen, zwei Sachen aus der gleichen Gruppe sozusagen zu nehmen. Aber die gibt es theoretisch auch noch. Ja, also wenn ich Frau Sixkiller-Clark wäre, schwierige Situation. Also für sie ist es sicherlich nicht schwierig, weil sie, einer ihrer Grundsätze ist, ist, dass sie das einfach, die Sachen erstmal so, also ich glaube, sie sieht sich als Chronist sozusagen, sie schreibt es auf und sie schreibt es nur nicht dann auf, wenn sie ganz explizit das Gefühl hat, sozusagen belogen zu werden. Das hat sie an irgendeiner Stelle mal gesagt. Aber solange das nicht der Fall ist, schreibt sie es einfach erstmal wertungsfrei auf und krittelt da sozusagen nicht dran herum. Wäre aber wahrscheinlich in der Situation auch schwer gewesen, wenn du da sieben Leute hast, die sowas erzählen, wäre schon irgendwie ein bisschen vermessen, da dann direkt auf Angriff zu schalten und zu behaupten, dass das alles Quatsch ist. Ich wäre auf jeden Fall komplett baff, wenn mir so etwas erzählt werden würde von sieben Leuten. Ja, und dein Argument ist ja auch immer, dass die, die militärisch trainiert sind, dann solche Sachen auch besser einschätzen können. Also in dem Fall mit dem Kontext besser abgrenzen können von den Waffen, die da sonst vorhanden sind. Sei es jetzt irgendwie durch Flugunterstützung, Napalm oder irgendwelche anderen Sachen, die sozusagen solche Effekte haben könnten. Also dazu muss ich ganz kurz was sagen, weil es gibt ja gerade im Themenbereich Ufologie so ein bisschen die Tendenz, sobald jemand Polizist ist oder beim Militär ist er der perfekte Wahrnehmer, der Trained Observer, der keine Fehler macht. Diese Positionen vertrete ich absolut nicht. Die sind natürlich genauso anfällig für Fehler, Missverständnisse und so weiter und so fort, wie wir alle. Aber, wo ich dann wiederum doch drauf bestehen möchte, in dem Bereich, in dem sie ausgebildet sind, haben sie ja auf jeden Fall zumindest nachweislich dann aber entsprechende Sachkenntnis. Also sie können sich genauso, sich vielleicht genauso irren, einen Zeitpunkt nicht mehr genauso bestimmen zu können von einem Ereignis oder womöglich die Reihenfolge von Dingen durcheinander zu bekommen. Da glaube ich nicht, dass die so großartig anders aufgestellt sind als Otto Normalbürger. Vielleicht in der Hinsicht, als dass sie Extremsituationen eher gewohnt sind und da auch dann besser noch funktional bleiben können. Also so ein bisschen denke ich das schon, aber ich will jetzt nicht so tun, als gehöre ich zu dem Lager, die behaupten, dass diese Leute nur aufgrund ihrer Ausbildung jetzt komplett fehlerfrei mit hoher Wahrscheinlichkeit sind. Das glaube ich nicht, aber ich denke mal, sie haben eben dann doch, man muss ihnen auf jeden Fall die Expertise zugestehen, dass sie in ihrem Bereich dann wahrscheinlich schon einschätzen können, was gewöhnlich und was ungewöhnlich ist. Also das, was du eben sagtest, was bestimmte Waffentechnologie zum Beispiel angeht. Bezogen jetzt auf dieses Beispiel. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, aber ja, also mich macht natürlich dann gleich wieder stutzig, dass das hier so eingebettet ist in diese kurz vor dem Tod Situation, dieses letzte Beichte, wobei hier gar nicht explizit wird, erwähnt wird, ob das nicht generell schon immer von denen so kommuniziert wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass er das das erste Mal erzählt, oder? Das habe ich nicht so den Eindruck, zumindest nicht untereinander, schon mal gar nicht, dass sie das nochmal durcharbeiten, reflektieren. Er hat es zum ersten Mal ihr erzählt, in dem Moment, aber untereinander haben sie darüber gesprochen. Ja, und also die Einordnung ihrerseits ist ja, dass sie sozusagen alle, teilweise auch körperlich und vor allem geistig noch fit sind und das so als Bericht sozusagen, dass sie das erst mal nicht ins Reich der Fantasien oder sowas verlegt, nur weil er da jetzt das sozusagen im Bett erzählt oder bettlägerig ist. Nein, vor allem er hat das ja auch nicht, ist ja jetzt nicht so, dass er das erzählt hat, der da jetzt gerade am Sterben war. Die Gruppe hat das gemeinsam erzählt. Also wenn man da jetzt genau hinguckt oder genau hinliest, sieht man das. Da wird zum Beispiel ein oder zwei Stellen erwähnt, wo er anfing irgendwie zu husten. Wie gesagt, der Mann war offensichtlich todkrank und dann der ehemalige Chef dieser Einheit sozusagen, der ja auch anwesend war, weitererzählt. Also die Gruppe erzählt es in diesem Setting im Grunde diese Geschichte gemeinsam. Ja, und da kommen dann natürlich, das weckt Fragen, weil im Grunde ja eigentlich nur drei Szenarien so richtig grob gesehen infrage kommen. Das Sinisteriste wäre, Sinisteriste, gibt es das Wort? Weiß ich nicht. Wäre sicherlich, die Gruppe hat sich verschworen, hier eine Lügengeschichte sich zu erdenken und zu verbreiten. Das wäre das eine. Das andere wäre, alle sieben haben diverse Dinge auf die gleiche Art und Weise komplett missinterpretiert. Das wäre das nächste. Oder alle sieben haben das ungefähr so, wie sie berichten, erlebt, ohne dass großartige Missverständnisse involviert sind. Das würde ich sagen, wäre für mich erstmal so die Grobaufteilung, die man da vornehmen kann. Oder vergesse ich gerade noch eine gute Möglichkeit? Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, ich ahle mich da raus, aber ich würde die Möglichkeit noch aufmachen, dass es so in der Tradition der Native Americans nicht immer alles sozusagen so wortwörtlich zu nehmen ist. Also es kann auch als ein Motiv gelten. In dem Fall, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, das ist bei der zweiten Geschichte, finde ich, eindeutiger. Die erste habe ich jetzt auch als deutlich, um mein Lieblingswort wieder ein zu benutzen, bodenständiger empfunden. Also das, dass sie so diese Wahrnehmung hatten, das kann sich so abgespielt haben. Aber so als Motiv, sie sind halt, sie werden eingeführt in dieser Geschichte schon als diese Gruppe, die zusammenhält und die besondere Fähigkeiten hat, eben im Pferden lesen. Und der Hauptunterschied ist dann eben, dass sie von Anfang an wissen, wie sie damit oder darauf zu reagieren haben in dem Moment. Da wird ja noch erwähnt, dass sozusagen die Hand ausgestreckt wird und sie dann die Waffen niederlegen und auch so untereinander kurz kommunizieren oder irgendwie durch Blickkontakt und so weiter, dass das jetzt die richtige Reaktion ist. Und das im Gegensatz steht zu dieser Reaktion des Viet Cong, die da versucht haben, ohne Effekt, ohne Erfolg sozusagen aus ihrer Sicht, auf diese blauen Erscheinungen sozusagen zu schießen. Also das ist für mich so dieses mitschwingende Thema auch, sie sind, obwohl sie in dieser Kriegssituation sind, diejenigen, die das besser zu handeln wissen im Sinne von Kontakt zu anderen. Also das zeichnet die Community, die Native American Community aus, dass sie eigentlich nicht in die Konfrontation gehen wollen, sondern offen sind für alles, was sie so an, für alle Wesen sozusagen. Das ist für mich so diese, vielleicht denke ich das schon wieder zu literaturwissenschaftlich. Ja, ich glaube schon. Also ich habe die Stelle, das ist Seite 10, mal nochmal kurz angeguckt. Ich glaube, also ich würde das so nicht interpretieren. Ira, hier spricht jetzt Ira, sagt, also die Situation ist, sie sind gerade diesem einen ersten Wesen gegenüberstehend. Er hat, sagt Ira, ich habe meine Waffe sozusagen fallen gelassen und zur gleichen Zeit hat sein Gegenüber den Arm gesenkt und dann sagt er, I knew he wasn't my enemy. Ich wusste, er war nicht mein Feind. Ich kann das jetzt leider nicht beweisen, weil es hier nicht explizit steht, aber ich glaube, das ist zu lesen als im Sinne von, wie wir es übrigens auch in der zweiten Geschichte sehen werden und in vielen anderen immer wieder berichtet wird, sozusagen die gewisse Form von irrationalem Verhalten, was auch im Nachhinein nicht unbedingt immer für die Leute zu erklären ist, dass einfach plötzlich ihr Gefühl ihnen gesagt hat, was zu tun ist, sozusagen, beziehungsweise manche spekulieren ja sogar, wie wir es in der zweiten Geschichte gesehen werden, dass von außen sozusagen mit Absicht sie dahin gebracht werden, jetzt auf jeden Fall nicht aggressiv zu reagieren. Also hier ist nichts, hier steht nichts davon, dass er aufgrund von irgendwelchen alten Geschichten jetzt genau wusste, mit wem was zu tun hat oder was zu tun ist. Überhaupt nicht. I was frozen. Also der wusste auch nicht, was er zu tun hat. Und insofern kommt mir dieser Ansatz dann doch ein bisschen sehr übers Knie gebrochen vor. Aber, ja, zumal auch die übrige Darstellung der Gruppe und der Leute überhaupt nicht diesem dahinterstehenden Klischees entspricht, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt nur über das Zitat hier gestolpert I sensed it und das ist dann vielleicht auch wieder mein Hintergrund, dass ich dann denke, das ist sozusagen das Gespür und das spielt sich anders ab als bei denen, die da eben getötet wurden. Das ist tatsächlich auch was, was du in ganz vielen Berichten findest, vollkommen unabhängig von kulturellem Hintergrund. Plötzliches, auftauchendes Wissen, die tun mir nichts oder Wissen, ich muss jetzt hier mitkommen oder, ähm, also das würde ich tatsächlich eher in diesem Bereich des seltsamen Erlebens positionieren wollen. Also damit will ich jetzt gar nicht dafür votieren, dass ich, dass das heißt, da sind jetzt Außerirdische, die beeinflussen die Person. Das ist die gängige Interpretation dann vieler Leute, die das erleben. Kann vielleicht so sein, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein so wiederkehrendes Kernelement überhaupt solcher Begegnungen, dass ich da keine Möglichkeit sehe, das jetzt speziell mit diesem, mit diesem, in diesem Fall zufällig speziellen kulturellen Hintergrund in irgendeiner Form näher zu verbinden. Also da, da besteht keinerlei Anlass, weil man das aus so vielen anderen, weil, weil es eigentlich fast Standard ist, sozusagen. Okay, ähm, in der, die zweite Geschichte hat nicht so diesen Kriegshintergrund. Ne, die ist ein bisschen positiver, vielleicht in der Hinsicht. Ja. Und hier ist sogar die, ich würde sagen, die persönliche Komponente, sozusagen, oder die, die Beziehungskomponente zwischen Autorin und Berichtenden noch ausgeprägter. Also den Ira kannte die Autorin auch schon sehr lange, den hat sie als jungen Mann kennengelernt und, äh, sie war wohl laut seiner Erzählung da die einzige Frau, die ihr jemals, der ihr jemals, seinen Antrag gemacht hat. Gleichzeitig dann, aber scherzenderweise, natürlich auch die einzige Frau, die ihn abgelehnt hat. Ähm, also die kannten sich zwar lange, aber, würde ich sagen, wahrscheinlich so, von meinem Eindruck her, auf dem Niveau von Freunden bis guten Bekannten irgendwie. Oder vielleicht auch sogar sehr guten Freunden. Bei der nächsten Geschichte geht es um eine Mutter und eine Tochter und die Mutter ist Freundin der Autorin und, ähm, sie kennt die Tochter auch schon sozusagen von Kindheitsbein an. Also hier haben wir, denke ich, auf jeden Fall eine, würde ich sagen, echt, recht nahe Beziehung sozusagen. Und hier wird im Text von, ähm, Tribal Council Member gesprochen. Also das spricht ja für mich auch dafür, dass es, dass sie da natürlich auch mal eine Funktion einnimmt. Ähm, so ein Überbleibsel einer früheren, äh, Stammesverwaltung. Ähm, ich bin da jetzt auch nicht, will jetzt nichts Falsches sagen, aber es, ob, ob es sozusagen diese, diese Art der Verwaltung dann noch unter Native Americans gibt, ob die so frei gestaltet ist, wie so eine, naja, wie soll ich das ausdrücken, ähm, einfach um als Community zusammenzuhalten oder ob es da wirklich je nach Bundesstaat in den USA auch irgendwie nochmal offizielle Vertretungen gibt und was die für, für Rechte haben und so, da bin ich jetzt, weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist zumindest auch ein, ein mögliches Verbindungsstück hier. Es ist auf jeden Fall so, dass die Reservationen, äh, soweit ich weiß, selbstverwaltet sind, vielleicht gibt es da Ausnahmen, aber ich glaube, der Normalfall ist, sie sind selbstverwaltet, da sind ja auch, ist ja auch keine Bundespolizei drin und so weiter und so fort, die haben eigene, entsprechende Organe und in dem Kontext ist das zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die konkreten Formen der Selbstorganisationen dann wahrscheinlich auch stark differieren können, theoretisch. Ähm, ja, aber vielleicht muss man erst mal sagen, über wen wir überhaupt reden. Wir reden nämlich über Margie und Eve. Margie ist die Mutter und sie leidet an Arthritis unter anderem, offensichtlich so stark, dass sie zu einem guten Teil ans Haus gebunden war zum Zeitpunkt, äh, des Erzählens der Geschichte schon und ihre Tochter ist Eve, die hat auch einen Mann, der heißt, ähm, Evan, witzigerweise, äh, der ist aber nicht dabei. Margie lädt unsere Autorin zum Abendessen ein, nichts Ungewöhnliches, wie gesagt, sie sind, seit sie Kinder sind Freunde und es wird sozusagen ein Mädelsabend, also Margie, die Autorin und Eve, die Tochter von Margie. Margie war diejenige, die, du eben erwähnt hast, die in dem Tribal Council tätig war und, ähm, ihre Tochter war eigentlich, hat ein Master of Biology, ist aber, hat im Reservat sozusagen fachfremd gearbeitet, aber auch in der Reservatsverwaltung. Nach dem Essen kommt's dann quasi zum eigentlichen Gespräch beziehungsweise zum eigentlichen Grund der Einladung und zwar möchten die beiden unserer Autorin eine Geschichte erzählen, die sie vor ein paar Monaten jetzt, äh, erlebt haben. Die Geschichte ging los mit einem Waschbär, und einem Meister S., der sich wunderte, denn auf die erste Nachfrage der Autorin, was denn, ähm, los ist, kommt eigentlich die Antwort, sie hätten ein Ufo gesehen und dann geht die Geschichte los. In der eigentlichen Geschichte kommt dann aber gar kein Ufo vor. Ist dir das aufgefallen? Ja, ich gucke auch noch gerade mal, weil, ähm, es fängt an mit dem, wieder mit dem Hinweis auf das Vertrauen, also sie erzählen ihr das jetzt, weil sie, weil sie ihr Vertrauen als einen Teil der Community und dann kommt relativ schnell der, der Hinweis, okay, ganz, ganz direkt in your face, Ufo, aber, ähm, ja, vielleicht ist das dann auch wieder so, wie Star People nur als Überbegriff in dem Fall gemeint, dass, dass es einfach um eine Begegnung geht, ähm, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist Anzeichen dafür, wie stark das alles schon in den Köpfen der Leute miteinander verknüpft ist. Mhm. Wobei man, wobei man dazu sagen muss, werden wir gleich auch noch sehen, das, was die seltsame Begegnung, die ohne Ufo zustande kommt, dann erzählt, zwingt einen aber gewissermaßen dann auch irgendwie sowas anzunehmen, würde ich sagen, ne, aber insofern, dass dieses Stichwort auftaucht, ist schon nachvollziehbar, nur, ähm, mir ist es halt aufgefallen, weil, weil dann im eigentlichen Geschehen eben das Ufo eigentlich gar nicht vorkam. Ja, das ist ungewöhnlich, aber ich hab das, ich hab das tatsächlich dann anscheinend so ein bisschen überlesen, weil ich das so, ja, in Bezug auf die Geschichte davor, dann könnte man, je nachdem, wie weit man den Terminus da interpretiert, dass man sagt, oh, das ist, die, der blaue, ähm, der Orb sozusagen ist auch einfach, er fliegt und, es kommt aus dem Himmel und ich würde das jetzt nicht so sofort konkret verbinden mit, das muss das und das Flugobjekt sein oder so. Also, da wäre, das würde ich jetzt gar nicht so, da hätte ich mich jetzt gar nicht so aufgehangen. Äh, ich, ne, also, ich will das jetzt auch nicht als, ähm, oh, hier hab ich jetzt aber den Indiz, das Indiz gefunden, das eindeutig zeigt, dass es als Quatsch ist. Das wollte ich damit nicht sagen. Es ist aber halt, keine Ahnung, ich, ich sage einfach nur, was mir auffällt. Auch wenn ich dann leider selber keine richtige Lösung daraus ziehen kann, aber es ist, glaube ich, genauso, wie du es dargestellt hast, wahrscheinlich, das Ganze ist kontextualisiert worden in dieser Art und da gehören dann halt UFOs dazu, denn irgendwie muss die seltsame Gestalt da ja hingekommen sein, sozusagen, ne? Ähm, und er berichtet ja im Grunde auch Dinge, die einen das glauben lassen. Aber vielleicht satteln wir schon wieder hier alles falsch rum auf. Ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen unstrukturierter als sonst. Ich bitte, dass du entschuldigen, falls der Eindruck korrekt ist. Wir fangen einfach mal an, was ist geschehen? Es geht nämlich los mit einem frechen Waschbären. Das hat mich sehr gefreut, denn ich finde Waschbären niedlich. Der hat nämlich... Ja, das typische, ähm, gefährliche Tier in amerikanischer Hausumgebung, die sich immer durch den Müll wühlen und auch angriffslustig sind. Und da fand ich dann auch schon, das ist ja, das zieht sich ja durch die Geschichte, das haben wir schon öfter thematisiert, es wird immer kurz erwähnt, ob die, und das sind ja dann meistens Amerikaner, ob die gut schießen können. Und das wird hier auch gleich erwähnt, weil sie bewegt sich raus und möchte den Waschbären konfrontieren, der immer alles, den Garten durchwühlt und zerstörerisch unterwegs ist, die Tomaten und alles hin und her wirft. Destruktiver Waschbär. Und sie wollte ihm jetzt sozusagen den ganzen Spaß ein Ende setzen und hat sich die 22er, ich bin kein Waffenexperte, was ist das für ein Kaliber, geholt? Weißt du das? Da bin ich genauso ahnungslos wie du. Das Einzige, was ich meine, dazu sagen zu können, ist, dass das eine, soweit ich weiß, ist das Musikion für eine Handfeuerwaffe. Also es ist im Grunde ein Kleinkaliber, glaube ich. Aber mehr kann ich, also ich kann jetzt nicht sagen, in welchen, in welchen konkreten Waffen oder so dann dieses Projektil verwendet wird. Ja, Kleinkaliber. Kleinkaliber und ja, wahrscheinlich keine, nicht die sonst beliebte Shotgun, ja. Naja, auf jeden Fall den Hinweis, das wollte ich noch erwähnen, Mom's a good shot. Also sie ist ein guter Schütze. Sie hat's drauf und sie übt auch mal klassisch, wie man das in den USA macht, in seinem Backyard und schießt auf Dosen oder sonstige Sachen. Ja, das hat sie als Kind zusammen mit der Autorin gemacht. Ja, deswegen, der Waschbär hätte sozusagen erstmal keine guten Voraussetzungen. Das ist die, das ist hier die Prämisse. Haben wir jetzt echt 10 Minuten über diesen scheiß Waschbär geredet? Doch, das finde ich war wichtig. Heute sind wir wirklich furchtbar. Waschbär, Waschbär, Waschbär ist im Garten randaliert, soll er, dem soll ein Ende gesetzt werden. So, und sie geht raus mit einer Taschenlampe und ihrer Waffe und im Kegel der Taschenlampe ist dann irgendwie kein Waschbär, sondern es kommt ein Mann auf sie zu. Das ist natürlich, denke ich mal, erstmal grundsätzlich klar, was jetzt kommt. Sie hält natürlich an der Waffe fest und fragt ihn, wer er ist. Und seine Antwort ist eine, die auch gar nicht so untypisch ist, die ich auch nicht zum ersten Mal lese oder höre. Don't be afraid, I mean no harm. Also, hab keine Angst, ich will dir nichts tun. Der Fremde, den sie da sieht, hat eine gewisse ungewöhnliche Äußerlichkeit oder ein paar Eigenschaften, die seltsam an ihm sind. Er trägt eine dunkelbraune Einteiler-Uniform mit einem weißen Schild am Arm und darauf eine nicht zuortbare Zeichen irgendwas. Also, Buchstaben-Schräch-Zeichen, aber nicht bekannt. Und jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo vielleicht schon erklärt ist, warum das UFO erwähnt wird, auch wenn es eigentlich nicht so richtig gesehen wird. Er sagt nämlich weiter, dass er Teil eines Teams von Forschern sei, die das Universum bereisen und sozusagen Studienobjekte sammeln. Und er sei jetzt ... Was heißt, er sagt, reden die miteinander? Also, die Originalformulierung ist einfach sozusagen, dass es nach ihrem besten Verständnis war er sozusagen ein Forschender. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie konkret miteinander direkt kommunizieren. Ja, sie haben konkret miteinander geredet. Ich weiß, also du hast insofern recht, als dass ich nicht weiß, ob er das an der Stelle der Begegnung gesagt hat. Ich glaube nicht, sondern später. Aber sie haben auf jeden Fall im weiteren Verlauf ganz stumpf miteinander geredet. Hier kam auch nicht der Hinweis, dass das irgendwie telepathisch oder so stattgefunden hätte, was auch oft der Fall ist, dass Leute das berichten. Also wahrscheinlich, dass er das, hat er wahrscheinlich noch nicht an dieser Stelle der Begegnung gesagt, aber an der Stelle erzählt sie es halt. Deswegen habe ich es jetzt auch an der Stelle aufgegriffen. Er sagt auf jeden Fall, dass er drei Tage in der Gegend bleiben möchte und es irgendwie gut wäre, wenn keiner von ihm erfährt. In der Zwischenzeit kommt die Tochter hinzu. Die ist auch ein bisschen skeptischer. Erstmal schnappt sich das Gewehr von der Mutter oder die Waffe von der Mutter, die die wohl inzwischen hat, gesenkt und beschreibt ein bisschen weiter, wie er aussah. Er hatte seltsame, große Augen, schwarze Augen, ohne Pupillen und verhält sich so, dass der Verdacht im Raum steht, dass er auch sehr lichtempfindliche Augen hat. Große schwarze Augen, ohne Pupillen brauche ich eigentlich nichts zu sagen. Das ist auch oft berichtet und kommt ansonsten beim normalen Menschen wahrscheinlich eher selten vor. Sie streiten dann ein bisschen, wie mit ihm zu verfahren ist und einigen sich dann darauf, dass er im Gewächshaus bleiben kann. Die Mutter wollte ihn wohl, hat ihm den Stall angeboten, da war die Tochter aber nicht begeistert von. Auf jeden Fall, er soll im Gewächshaus bleiben. Findet er gar nicht schlecht, weil angeblich auf seinem Planeten man unter der Oberfläche lebt. Da ist es auch warm und feucht, wie im Gewächshaus, fühlt er sich also ganz wohl und scheint auch Interessen an den Pflanzen zu haben, was wiederum zu der Geschichte mit dem Forschertum quasi passen würde. Der ist jetzt anders als die blauen Vietnam-Aliens nicht riesig, sondern ungefähr knapp über 1,70. Allerdings sehr schlank, hat einen seltsamen Gang, wobei dann fragwürdig ist, inwiefern das überhaupt ein Gang ist, denn Yves beschreibt weiter, dass er ein Backpack hatte, an dem er irgendwie rumfummelte, sozusagen einen Knopf drückte, um sich fortzubewegen und seine Füße dabei eigentlich nicht so richtig den Grund berührten. Also, tja, nennen wir das noch Gang? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr seltsam. Angebotene Wasser oder Nahrung hat er abgelehnt. Er war sehr blass und hatte auch noch eine seltsame Kopfbedeckung auf. Und summa summarum steht da sozusagen von den beiden die Aussage im Raum, dass er im Grunde nicht als Mensch durchgehen würde, außer vielleicht an Halloween. Das fand ich sehr lustig. Und wieder sozusagen das diffuse Gefühl, es ist alles peaceful, alles ist in Ordnung. Richtig. Und sie kann vertrauen. Ja, sie fühlen Frieden in seiner Gegenwart und auch einen Drang, ihn zu beschützen. Und Yves, also die Tochter, formuliert ganz explizit, dass sie das Gefühl hat, dass das sozusagen von ihm auf sie, dass diese innere Haltung ihnen sozusagen von ihm aufgezwungen worden ist. Also sie ist eigentlich sozusagen vom Kopf her hat sie eher, ist sie, hat sie Angst vor ihm, ist vielleicht skeptisch, hat vielleicht eher den Drang, wir müssen uns beschützen, denn das ist ein Fremder, wir wissen nicht, was zu erwarten ist. Aber im Inneren irgendwie ist dieses Friedensgefühl da und der Drang, ihm eben zu helfen. Also interessant. stelle ich mir seltsam vor, dieses, eine solche Situation sozusagen, dass der Kopf dir scheinbar sagt, du solltest dich jetzt schützen oder flüchten oder was auch immer und dann aber aufgrund eines inneren Zustandes, der sich als von Fremdkommend fühlt, anfühlt, zumindest für Yves, die Mutter hat das nicht erwähnt, dann das genaue Gegenteil der Fall ist. Also du bist komplett hin und her gerissen sozusagen. Aber scheinbar hat sich die, die aushördische Manipulation in Anführungsstrichen durchgesetzt, denn sie helfen ihm ja tatsächlich. Er pennt also im, oder bleibt also im Gewächshaus und am nächsten Morgen geht Yves wieder hin zum Gewächshaus und er ist gerade dabei, Pflanzen zu untersuchen. Er trägt dabei eine, ja, schwarze Brille, also so Goggles steht da im Englischen. Also, ähm, ja, wahrscheinlich mehr so wie so eine, äh, jetzt Brille nicht im Sinne von Lesebrille zu verstehen, sondern wie so eine, äh, Schutzbrille, wie sie zum Beispiel Piloten oder so aufhaben, würde ich mir jetzt eher darunter vorstellen. Äh, und er sagt, das ist zum Schutz seiner Augen vor der Helligkeit. Yves denkt an die, ja, an den Zustand, sag ich mal, ihrer Mutter gesundheitlicher Art und fragt ihn, ähm, bei ihrem Gespräch auch nach Krankheiten in seiner Heimat und er sagt, im Grunde gibt's das bei uns nicht. Sie versucht dann, die Krankheiten ihrer Mutter ihm zu erklären und da scheint er interessiert, äh, und sagt dann später, dabei könne er dann wohl helfen. Ähm, es wird dann nicht näher beschrieben, wie genau es dann, dann zu der folgenden Situation gekommen ist, aber summa summarum hat er angeblich der Mutter, die sich dann hinlegen sollte, äh, die, die Mutter mit den Händen irgendwie berührt, auch nur ganz kurz, weniger als eine Minute, sie hat Wärme gefühlt und hat seitdem ihre Schmerzen nicht mehr, ihre Finger haben sich wieder, ja, wie sagt man, ähm, also durch Arthritis, ähm, wie sagt man, ähm, also es wird aufgezählt, was alles, ähm, geheilt wird, also das ist ja auch hier, Fibromyalgie, also so auch Nerven, chronische Schmerzen, Krankheiten, ähm, Diabetes und eine Herzkrankheit. Äh, und, also die Finger, die bei Arthritis, ja, quasi bis zur Unnutzbarkeit sozusagen, ähm, verknöchern können, das ist, tut mir leid jetzt, Leute, das ist nicht das medizinschrechte, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine, äh, die sind sozusagen auch wieder aufgelöst, äh, und sie kann sie wieder benutzen, und die Geschichte endet dann damit, dass der Fremde wieder abgehauen ist, allerdings, äh, leider erfahren wir da auch nicht genauer wie, und sie eben im Grunde gesagt haben, naja, du kannst jederzeit wiederkommen, was wahrscheinlich dann, nach der Heilung der Mutter, auch sehr ernst gemeint ist, vermute ich mal, da ist man dann doch wahrscheinlich von Herzen dankbar. Und die Mutter berichtet also ihrer alten Freunden, dass sie seitdem, also, nicht nur diese Beschwerden weg sind, sondern sie sich eben auch, quasi fast wie verjüngt fühlt, äh, kann man vielleicht noch sagen. Auch das natürlich wieder eine seltsame Geschichte, nicht wahr? Ich wollte eigentlich am Anfang der Sendung noch extra Vorsicht, äh, Schild aufstellen, verbaler Art, und sagen, heute, Leute, nachdem wir letzte Woche sehr bodenständig waren, heute wird die Bodenständigkeit komplett in die Tonne gehauen. Ja. Ja, aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr das auch schon sehr wohl gemerkt. Na wohl, das andere war natürlich überhaupt nicht, auch nicht bodenständig, aber es war halt so, das haben uns jetzt auch andere geschildert, auch so, ähm, naja, weitführend, was, was sozusagen der Begriff, den Begriff von, ähm, da waren ja Archetypen drin, und warum, ähm, also das, das Konzept überhaupt, ähm, der Existenz, das führte auch sehr, weil es war sehr philosophisch, und dass sie es jetzt einfach auf einer anderen Ebene nochmal, ähm, herausfordern sozusagen, wobei ich im direkten Vergleich jetzt diese zweite Geschichte eben, ähm, ja, als nicht so überzeugend empfinde wie die erste, die erste, wenn mir die jetzt jemand erzählen würde, da kann ich, da kann ich sozusagen nicht, also das kann ich mir in dem Sinne noch vorstellen, beim zweiten würde ich, bei dieser Geschichte würde ich eher, äh, ablehnender reagieren. Das, das ist interessant. die zweite ist doch eigentlich objektiv gesehen, viel einfacher durch normale Dinge zu erklären. Also, es ist eigentlich überhaupt nichts Außergewöhnliches, außer vielleicht an einer Stelle passiert, man, ich, ich behaupte jetzt nicht, dass das aus meiner Sicht eine, wirklich realistische, heran, oder eine realistische Erklärung wäre, aber, wenn man jetzt Hardcore Skeptiker wäre, würde man sagen, okay, da ist ein Typ, der ist seltsam angezogen, verhält sich ein bisschen seltsam, sieht ein bisschen seltsam aus, ähm, bleibt bei denen eine Nacht und verschwindet wieder. War wahrscheinlich ein, war wahrscheinlich ein Drogensüchtiger. Das ist dann ja immer so, äh, so das, so der erste, immer wenn jemand seltsam ist, dann, dann ist es halt ein Drogensüchtiger. Der hat sich da eine Nacht Unterschlupf irgendwie gesucht, war vielleicht auf sonst was drauf, wusste also auch vielleicht gar nicht, was er redet, oder hat denen halt irgendwas erzählt, um da durchzukommen, und ist nächsten Tag wieder abgehauen und nie wieder aufgetaucht. Er hat sozusagen Opfer seiner eigenen Scharade da geworden und musste dann auch noch so eine Heilung da vorspielen und dass die Frau dann Symptomverbesserungen verspürt, das ist mit, äh, psychosomatischem Effekt und, äh, so weiter, äh, und, und Placebo-Effekt zu erklären. Das ist doch eigentlich, ähm, viel, diese Geschichte, finde ich, ist viel zugänglicher für solche Erklärungsversuche als die andere, oder? Ja, ein interessanter Ansatz, das dann so auf zu, also ich, ich hätte es jetzt eher so auf den, auf den Vergleich runtergebrochen, wenn ich, wenn ich jetzt mir die, ja, die reinen Ingredienzen der beiden Geschichten so, ähm, gegeneinander gegenüber stelle, ähm, dann ist das eine halt, ja, wahrnehmungsbedingt, oder so wie es geschildert wird, kann es sich in irgendeiner Form so für die abgespielt haben, und das andere ist einfach, außer wenn du es jetzt in dieser Ausformung, so wie du es dir jetzt aufgelöst hast, ähm, nachher zusammenfasst, ist es eigentlich eine, ähm, eine komische Geschichte, also das, also es sind beides komische Geschichten in dem Sinne, aber das ist dann zu, da sind zu viele Sachen, die, wie soll ich das ausdrücken, die, die eben nicht, ähm, nochmal leicht, leicht anders wahrgenommen werden, hätten können. Also es gibt eine Art, es gibt eine richtige Kommunikation, es gibt eine Person, es gibt Interaktion, das alles ist aufgeweicht und beim ersten nicht komplett vorhanden, also da gibt es schon eine leichte Form der Interaktion, aber nicht so, nicht so wie hier, also wenn man, wenn man mit einem Ansatz rangeht und die so untersucht und für sich feststellen möchte, was, wo will man eher die Person, ähm, verrückt angucken, dann wäre das für mich Story 2 eindeutig, aber gut. Okay, das ist wirklich interessant, ähm, ich hätte mir höchstens, hier hätte ich auch wieder rausgegriffen, auch schon wieder sehr, sehr textinterpretationslastig, dass, dass sie ja einen Master in Biologie hat, die Tochter, und hier sich das durchzieht, dass er sozusagen, er ist ja sehr interessiert an den Pflanzen, ich fand den Satz hier auch gut, ähm, he was interested in my herbs and wanted to know their uses, deswegen muss ich jetzt lachen, bei dem Drogensüchtigen, von wegen er, äh, hoch, er wollte, er wollte, wollte mal gucken, was man daraus bauen könnte, und, ähm, den zweiten Part ist natürlich, der zweite Part ist natürlich, dass, das Konzept von Krankheiten ist ihm sozusagen unbekannt, also da schwingt für mich jetzt sozusagen, ähm, dann vielleicht dieses Heiler-Thema durch, die auch wieder die, die Native Americans sind mehr eben, äh, in Kontakt zu, zu den, äh, Mitteln der Natur können, äh, nicht nur wenn sie Biologie studiert haben, sondern können die Pflanzen nutzbar machen. Ich glaube, ich glaube, du hast ein sehr stark von der, frühen Romantik geprägtes Bild von, von amerikanischen U-Einwohnern, ich glaube nicht, dass sie das selber alles so sehen würden. Aber ich verstehe, ich verstehe die Richtung, in die du denkst. Hängen geblieben in der frühen Romantik. Naja, das ist ja so das Bild, was auch, äh, einfach dann gerne kolportiert wird, vom edlen Wilden, in Anführungsstrichen, ähm, und ich, bin der Letzte, der irgendwas Abwertendes, über, ähm, die entsprechenden Kulturen sagen will, nur, sie waren keine Heiligen, die im Einklang mit, der Natur gelebt haben. Sie haben Kriege geführt, sie haben sich gegenseitig getötet, sie haben, ähm, Wesen ihrer Umgebung getötet. Natürlich alles im ganz anderen Kontext, als, äh, das dann später die Neuankömmlinge getan haben. Aber ich will nur sagen, dieses, dieses Bild vom edlen Wilden, wie es dann tatsächlich Aufklärung und vor allem dann Romantik geschaffen haben für den Europäer oder im europäischen Raum, da ging man dann ja sogar so weit, äh, zu sagen, dass dann die, bei uns, äh, sind sozusagen die, in Anführungsstrichen, Zigeuner, die edlen Wilden, also da war man dann schon so, dass man so einen richtigen Neid darauf hatte, dass in anderen Weltteilen man so tolle Urvölker hatte, Ur sowieso, Ursprache, Urvolk, da im frühen 19. Jahrhundert ganz tolles Stichwort, äh, nur das hat alles, das hat nicht mit der Realität gar nichts zu tun, nur, äh, das ist ein sehr einseitiges Bild, was da gezeichnet wird. Und ich glaube, das ist im Grunde, ja, das ist eigentlich auch ein, ein unangemessener Umgang mit einer fremden Kultur. Das haben die damals natürlich nicht so gecheckt. Äh, sie hatten viele Reflektionsschritte nicht, die in der Zwischenzeit passiert sind. Äh, aber es ist doch interessant zu sehen, wie das bis heute wirkt. Naja, aber in Bezug auf die, ähm, die Krankheiten, die hier geheilt werden, ähm, das sind ja sozusagen, wenn man jetzt, äh, Diabetes und Herzkrankheiten reinnimmt, auch vielleicht, äh, zum gewissen Maße Arthritis, sind sozusagen Krankheiten, ähm, der modernen Welt, in Anführungsstrichen, die durch, durch einen anderen Konsum entstehen, durch ein anderes Verhalten. Das meinte ich mit, ähm, dieses Thema zieht sich mit der Grundeinklang. Man hatte vorher, auch wenn man jetzt, jetzt nah, weit nach der Romantik, äh, hat man vielleicht in der Community eher den Bezug dazu, dass man sagt, ähm, dass diese Krankheiten als Beispiel treten dann auf, weil das ein falscher Umgang ist. Und das ist für mich dann wieder dieses literarische Thema von, ah, hier kommt sozusagen jemand von, von extern, und der heilt mich von diesen Krankheiten. Und das ist eigentlich der, ähm, das ist das Ansinnen. Man sollte so mehr umgehen, damit man, ähm, ja, selbst das nochmal so, so betrachten, betrachtet, betrachten, wie er es macht, studiert die Pflanzen. Und, also, also, das ist, würde ich jetzt nicht sagen, immer total, äh, ja, nur in der, in der Spätromantik oder Frühromantik, ähm, vorhandenes Bild, sondern das ist ja auch was, was jetzt so übernommen wird, auch von anderen, ähm, Kulturen. Und, ja. Also, ich sehe auf jeden Fall, in, in welche Richtung du denkst, will ich auch, sage ich jetzt nur was gegen, um, ähm, gar nicht unbedingt, weil es jetzt, ich habe da selber kein abschließendes Urteil, ich, will nur darauf hinweisen, mir kommt das ein bisschen, ähm, zu vergeistigend vor, weil wenn man die Geschichte mal versucht, etwas, äh, ohne all dieses Hintergrundwissen zu lesen, dann ist das einfach nur eine Tochter, die da, ähm, in einer sehr außergewöhnlichen Situation im eigenen Erleben ist, von jemandem hört, der zu dem Zeitpunkt ja schon sehr außergewöhnliches von sich erzählt hat, äh, und die, die ihn letzten Endes fragt, kannst du meine Mutter heilen? Das hat überhaupt nichts mit vielen geistigen Konzepten und, äh, Kulturgeschichte zu tun, meiner Meinung, oder so würde ich jedenfalls die Geschichte nicht lesen, wenn man mich zwingen würde, mich für eine Variante des Lesens zu entscheiden, sagen wir mal so, ähm, sondern ist einfach nur ein recht simples Geschehen. Das jedenfalls ist so, zu dieser Lesart würde ich tatsächlich neigen an der Stelle. Keine wenig fancy Stuff, sag ich mal, ähm, wirklich recht basales, recht basales, und, ja, macht es das jetzt besonders glaubwürdig oder sogar unglaubwürdiger? Keine Ahnung. Ähm, ich bin ja eh der Meinung, ich kann jetzt hier in diesem Fall natürlich nicht ausschließen, dass vielleicht Frau Sixkiller Clark sich das alles, überhaupt jede Geschichte ausgedacht hat, ähm, oder dass einzelne Leute ihr Geschichten erzählt haben, die ausgedacht sind, das weiß ich am Ende des Tages natürlich nicht, aber im Grunde gehe ich natürlich erstmal davon aus, habe ich ja schon öfter erzählt, im Regelfall haben die Leute nichts davon, sich irgendwas entsprechendes auszudenken, tendenziell eher Nachteile, und, ähm, ich würde hier für mich wiederum sagen, die beiden haben das so erlebt, wie sie es erzählt haben, tja, was dahinter steckt an objektiver Realität, weiß ich nicht, aber, ähm, das Geschehen selbst gibt für mich eigentlich nicht so richtig den Anlass, noch so viele extra Ebenen einziehen zu müssen, sozusagen, um, um zu einer Interpretation zu kommen. Aber ich, also das, ich will jetzt nicht behaupten, dass das die einzige Sichtweise ist, die ich irgendwie, dass, dass alles andere automatisch Quatsch ist, oder sowas, ist nur, wie, wie ich da von meinem Gefühl her rangehe. Ich weiß nicht, ob das für dich nachvollziehbar ist. Ja, vielleicht, ähm, wer, wer jetzt bis jetzt hier durchgehalten hat von den ZuhörerInnen, der kann ja mal, ähm, sein Urteil geben, ob er jetzt sozusagen versteht, oder ob wir gerade aneinander vorbeigeredet haben, wer, wer wie die Geschichte einschätzt. Ähm, ja, das, also, klar, so wie du es jetzt dargestellt hast, so kann man das, äh, auch stehen lassen, aber vielleicht habe ich dann sozusagen geprägt von unseren anderen Folgen da erstmal versucht, so einen anderen Maßstab anzusetzen. Also einmal kann ich mich nicht freimachen von dem, was ich irgendwie, äh, in meinem Leben schon gelesen, gesehen und irgendwie gehört habe. Und dann, dann baue ich da, tue ich der Geschichte unrecht, dass ich das jetzt sozusagen nicht, ähm, nicht mal isoliert betrachte. Das ist dann sozusagen auch eine schlechte, schlechte Lesekompetenz. Aber ich habe dann, ja, wenn ich, wenn ich, ähm, die halt im direkten Vergleich sehe, dann habe ich irgendwie so immer versucht, die, die, die Maßstäbe anzusetzen, die wir bei den letzten Geschichten hatten und dann zu sagen, ja, wenn ich das jetzt jemandem gebe, der das untersucht und er nimmt erstmal, äh, ja, er würde jetzt sagen, okay, den, den Augenzeugenberichten traue ich jeweils, dann ist das andere, kann man das andere nach, nach meinen jetzigen Erfahrungswerten irgendwie noch, noch besser erklären, wenn du verstehst, ich meine, also man könnte sagen, ja, das sind jetzt sozusagen die Lichterscheinungen und das wäre, das andere ist mir schon zu, zu menschlich und zu, also da komme ich nicht, ähm, da komme ich nicht ran gedanklich. Also es wäre, schließt beides da nicht, ja, aber, ähm, ja, das ist einfach zu, da ist zu viel, schon zu viel deutlich abgegrenzt. Nur so kann ich das irgendwie ausdrücken. Also das ist so, so, äh, ja. ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt noch eine ganze Reihe andere, das ist nicht so vage, ja. Ähm, noch eine ganze andere, eine ganze Reihe anderer Beispiele dafür, äh, von ähnlichen Geschichten, also jetzt nicht unbedingt, ähm, einzelnen der, der, des Geschehens ähnlich, aber in der Hinsicht ähnlich, als das, ähm, so wie es berichtet wird, wirklich das Bild entsteht von, ähm, es ist jetzt gar nichts so unglaublich verrücktes hier am passieren, es ist hier einfach stumpf, gerade jemand mit seinem Vehikel sozusagen angekommen, ausgestiegen und hat mit seiner Umgebung interagiert, ne, sozusagen, also das, was du als, es ist so normal, menschlich meinst, das ist ja was, was auch, ich, ich fahre irgendwo mit dem Auto hin, steige aus und rede halt mit den Leuten, will vielleicht irgendwas von denen, wenn ich fremd bin. Äh, nur, dass es halt kein Auto dann in dem Fall wäre. Ähm, das, das ist, äh, es ist ein Punkt, den ich gut nachvollziehen kann, äh, dass sozusagen die Abwesenheit von mystischen Elementen, sage ich jetzt mal, also ästhetisch gesehen, mystischen Elementen, äh, einen dann auch schon wieder verwirrt, sozusagen, ne, also das wäre ja das, was in dem anderen, im ersten Fall viel mehr da gewesen ist. Ähm, unterm Strich, muss man aber sagen, äh, deswegen habe ich eben gesagt, das ist so interessant, dass wir das beide so empfinden. Äh, wenn man sich die früheren Contact-T-Geschichten, ich sag mal, der 50er, 60er anguckt, dann hat man tatsächlich in der Regel bei den angeblichen Fremden, äh, mit mehr oder weniger menschlich aussehenden, äh, Leuten zu tun, die, ähm, im Grunde, meistens würde ich sagen, bis auf ungewöhnliche Kleidung, aber ansonsten von ihrem Erscheinen her, sag ich mal, äh, äh, tatsächlich grundsätzlich mehr oder weniger als Menschen durchgehen würden. Äh, und das dann, äh, immer, immer skurrilere, ähm, Viecher in Anführungsstrichen hinzukommen, äh, ist dann ein, ein Phänomen der folgenden Jahrzehnte. Also heute ist ja wahrscheinlich der Grey so das Standardbild dessen, die, den man so im Kopf hat, wenn man eine durchschnittliche Person einbeschreiben lässt, wer sitzt denn in Ufos, falls es sie gibt. Ähm, ich hab natürlich keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht ist es auch nur so, dass, äh, die Leute anfangen mussten, sich überhaupt zu trauen, sowas zu berichten, und dann haben sich eher die getraut, wo der andere halt zumindest wenigstens noch menschlich war, und diejenigen, die, äh, Kontakt mit irgendwelchen McQueen und Grey's hatten, haben sich halt erst 30 Jahre später getraut, äh, in denen das Thema sozusagen Zeit hatte, immer weiter ins allgemeine Bewusstsein einzudringen. das kann natürlich auch so gut sein. Ich will nicht sagen, dass diese Erlebnisse halt in den anderen Zeiträumen nicht gemacht wurden. Vielleicht wurden sie nun nicht berichtet, zumal wir aus der Vergangenheit, also aus der weiten Vergangenheit, auch Begegnungen mit extrem seltsamen Wesenheiten, sag ich mal, mitunter vorliegen haben, aber was eben interessant ist, dass uns das jetzt heute, die wir sozusagen Grey geprägt sind, dann schon als zusätzlicher Seltsamkeitsfaktor vorkommt, wenn die Geschichte eigentlich weniger seltsam wird. Ähm, ich hoffe, das war jetzt nicht zu seltsam. Hast du verstanden, was ich meine? Das hat das Ganze, ja, mein Fazit dazu ist, das hat das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt, ähm, dass man jetzt, ja, diese, wie du sagst, diese traditionelle Geschichtsform dann eher, da stehe ich jetzt eher skeptisch gegenüber als diesen, diesen Ausprägungen mit Licht und dann die verschiedene Choreografie zuerst und dann gibt's Schüsse und es gibt irgendwelche Reaktionen, aber es gibt keine richtigen handfesten Überbleibsel, die sie da in dem Camp finden. Da gehen bei mir nicht so die Alarmglocken an und hier ist das alles so ein bisschen, dass ich denke, hm, okay, das ist jetzt alles sehr, sehr skurril und warum interagiert er oder interagiert sie mit dieser Person, kann mit der sprechen, da gehen bei mir schon die Schranken irgendwie runter. Ja, das kann man glaube ich so zusammen fassen. Dann müssen wir noch, also ich kann, ich verstehe glaube ich genau, was du meinst, dann würde ich aber trotzdem noch an der Stelle einmal nachhaken, einmal nachhaken wollen. Warum, jetzt für dich, warum genau ist das Normalere hier das Unglaubwürdigere? Oder warum ist das weniger spektakuläre oder weniger exotische, sagen wir vielleicht mal so, das Unglaubwürdigere? Deswegen habe ich gesagt, da bin ich gespannt auf Kommentare und Meinungen dazu. Ich glaube, das hängt jetzt damit zusammen, dass ich in letzter Zeit halt viel konfrontiert wurde mit Geschichten, die Meister S. mir geliefert hat und da ist sozusagen die Sachen, die moderner sind oder die auch wissenschaftlich untersucht wurden und so weiter immer eher diese Berührungspunkte haben mit verschiedenen Formen, ob das jetzt sozusagen einfach nur, was hatten wir schon alles, dass die Quantentheorie mit reinkommt, dass es einfach um Lichtphänomene geht, dass das alles sozusagen für mich ja unergründlicher ist und dadurch irgendwie ironischerweise dann realistischer als etwas, was ja so absurd klingt, dass die Wahrscheinlichkeit so gering, dass sozusagen etwas, das außerirdisch ist, in Anführungsstrichen, dass das jetzt zufällig auch ganz convenient, sozusagen ganz bequem Formen und Formen der Kommunikation und auch äußerliche Formen hat, die man sofort einschätzen, beschreiben und so weiter kann. Das ist, falls du es jetzt verstanden hast. Ja, habe ich, habe ich, glaube ich. Ich würde fast dafür plädieren, finde ich nämlich, ist wirklich eine interessante Beobachtung dieses Selbstempfinden. Wie gesagt, sehe ich bei mir selber ja auch. Wir machen irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge, wo wir nochmal, wo ich nochmal zwei Geschichten raussuche, vielleicht aus dem ersten, äh, zweiten Band, den ich auch habe, ähm, wo ich dann nochmal darauf achte, das war in diesem Fall jetzt nur Zufall, dass diese Geschichten auf dieser Skala so an zwei recht weit von einer entfernten Orten, sage ich mal, lag. Ja, das, das, das habe ich mir vorher nicht gedacht, das ist jetzt nur, wirklich nur Zufall. Aber das könnte man dann nochmal wiederholen, weil dann, dann könnte ich einfach nochmal sozusagen jeweils eine Geschichte raussuchen, die entweder sehr, sehr exotisch ist und dann auf der Gegenseite eine, die im Ablauf der Sachen irgendwie sehr viel weltlicher dann daherkommt. Wärst du daran interessiert, würde mich, würde mich reizen. Ja, so eine Gegenüberstellung, um das nochmal, noch mehr, ich brauche sozusagen noch mehr Material, um dann eine größere Stichprobe zu haben. Sehr gut, da machen wir das auf jeden Fall. Es wäre eigentlich fast schon ein Verbrechen, das nicht zu machen, weil so viele Fälle, wie sie da hat, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, ihr Leute da draußen wollt, die vielleicht auch hören. Keine Ahnung. Wenn jetzt natürlich alle sagen, nö, ist vollkommen uninteressant, dann würde ich es zurückstellen, aber ansonsten würde ich mir das tatsächlich als potenzielle Zukunftsfolge tatsächlich schon mal auf den Zettel schreiben. Jo. Jo, gut. Ja, heute irgendwie etwas schleppend, ich weiß nicht. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und zuhörbar. Meinerseits wäre an der Stelle schon die Möglichkeit, das Ganze zu beenden. Wie sieht es bei dir aus? Jo, ich denke, das war jetzt am Ende nochmal so diese Meta-Diskussion, warum man die Geschichte anders, oder die zwei Geschichten anders liest, das war dann der Abschluss. Mehr kann ich dazu erstmal nicht liefern. Alles klar, dann sagen wir natürlich wie immer vielen Dank fürs Zuhören und seid hoffentlich auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir zusammenkommen. Bis dahin verbleibe ich mit dem gewohnten Rheingau. Adios. Rheingau. Rheingau.